So Leute, jetzt Willkommen zu einer neuen Runde TT und Tee. Alles in Caps Lock. Ja, wir sind wieder dabei, Freunde der Sonne. Ja, und heute wieder in der allseits beliebten Hütte, wo natürlich gar nichts eskaliert, Junge. Oh, hier fängt die schon alle, ey. Gibt es nur die Hütte? Nein, wir spielen ohne unten, ne? Wir spielen nur hier oben. Nein, wir spielen unten. Oh, warte, richtig. Und kein Mastercard hier. Ja, 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 wir spielen das jetzt richtig. Wir können jetzt einfach Werwolf spielen. Werwolf von TT, doppelter Mindfuck. Werwolf. Werwolf nicht? Johnny, geh mal zur Seite, Mann. Johnny, geh da mal runter. Was ist Werwolf? Ne. Hier zur Seite. Johnny, geh da mal runter. Johnny, geh da mal runter. Das ist ne Gesellschaft. Warum nicht? Willst du dir nochmal deine Antwort überlegen? Ich glaub mir mal Geld. Das stimmt gar nicht. Doch. Wir müssen mal ein Tutorial drehen, wie man trinken gehen kann, ohne Geld zu haben. Ey, Philipp, der Barkeeper sagt, du schuldest ihm noch 10 Euro. Weg hier! Alter, es gibt genug Gänge, lauf. Ja, und alle laufen in den. Gut, schau es hinter mir. Ah. Ich bin Inno. Oh. Vielleicht nicht auf den hinteren. Alter, dieses Labyrinth, ne? Jo. Oh, das war explodiert schon. Ja, war eine Granate. Alter, ich hätte gerne Waffe. Ah, hier bin die. Pass auf, pass auf, pass auf. Wenn du Trailer bist, du läufst. Du läufst. Ja. Man kann Elektrizität anmachen, dann stirbst du. Oh. Aber ich weiß nicht, vertraust du mir? Aber vertrau dir auch. Oh, du Arsch! Hast du... Hä? So... Ah! What? Kevin, du spielst zum ersten Mal, Junge! Alter, du hast das zu uns drin gedreht. Was passiert bei euch? Jo, ich wusste nicht, dass du im Wasser bist! Junge, ich hab's dir doch gesagt! Jo, aber ich hab ja nicht gewusst, dass du der Stiefelst! Hä? Das ist ein Traitor-Ding! Nee! Das kann jeder erwarten! In jedem Raum... Les... Les, beruhige dich. Bitte, beruhige dich. In jedem Raum gibt es so ein paar Sachen, die man aktivieren kann. Oh, der war richtig gut, Alter. Das ist ein Traitor, Alter! Jetzt geht's wieder gut. Ey, hier ist Blut. Max? Oh Mann, Kevin, jetzt bin ich übel da oben! Ja, ich hab zugesucht, was du machst. Hast du dir Heel oder was von was? Kevin. Ah, ich nehme ihn! Christoph! What the Fass? Oh, warte mal! Leute, sorry! Ich bin... Ich... Oh, warte mal! Und dann schießt er oder was? Halt auf der Map eine Mine, ey! Oh, das ist ein Johnny! Das ist einfach... Ich würd mal sagen, der Hanno-Blatt ist tot! Ich lässt Kevin gerade eingekaufen! What? What the Fass? Wer hat denn Hanno von euch hier getötet? Kuccio oder wer? Nee, ich bin bei Tim. Ja, genau! Und der Leiche von Hanno ist hier hinten! Guck mal hier rüber! Ach so, Leute! Ja, ich hab... Tim ist doch gesehen an, wer ihn getötet hat! Weil ich hab ihn hier angeguckt! Das ist jetzt verdächtig! Einfach mal zwei Meter neben dir! Ja, aber Tim... Warum sagt der nichts? Weiß ich nicht! Ich hab mal die ganze Zeit mit ihm hier Stand-Off gemacht! Tim, du bist gemutet, ne? TS! Ey, das ist natürlich hilfreich, dass du das weißt! Wollen wir mal wissen, was da passiert! Ich mach dir mal lauter! Ja, das kommt dann von oben! Mach das mal wieder aus, da! Ja, aber Tim, was ist passiert? Was ist mit Hanno passiert hier? Ja, ich weiß nicht, was passiert ist! Du warst das! Du hast in meine Richtung geguckt! Du hast in meine Richtung geguckt! Du warst das, Junge! Was ist denn? Kevin, bitte! Trau mir! Ey, das ist halt echt verdächtig! Ja, ich weiß! Aber wir stehen die ganze Zeit schon so, wie wir grad standen! Und er sagt einfach gar nichts, als Hanno da umkippt! Er muss ja gesehen haben! Ja, aber ich hab's ja nicht gesehen! Das ist es ja! Ja, ich halt auch nicht! Weil ich in deine Richtung geguckt hab! Wer ist denn hier runtergefallen oder so? Das reicht dabei nicht, ne? Mit ner Mine! Der ist mit ner Mine gestorben! Hermine war ich nicht! Mit ner Hermine? Mit ner Mine, ja! Mit ner Melonmine! Sind wir jetzt so zu dritt oder wat? Alter! Ne, das ist eigentlich das Blättsding! Ne, das ist Johnny's! Das ist übelblättsk! Was ist denn hier so grün, alter? Johnny's gift! Johnny's unpreparen! Aber ich hoffe, er macht mal ein Minecraft! Was ist das so? Leute, da liegen schon Bananen und Bumerang, alter Desch! Weil ich die ganze Zeit durchwinde diese Räume locken will, obwohl ich inno bin, weil das witzig ist! Ich will Leute nicht sterben sehen! Oh! Mach's klar! Ja, ich glaube es sind... Kevin ist es, by the way! Ja, irgendwer hat gerade auch geschossen schon wieder! Ja, ich hab'n Jitter aufgeschossen! Jetzt hat er da ne Bombay? Wahrscheinlich C4! Johnny's es! Johnny's es! Johnny's es! Johnny's es! Wo ist denn der fucking Explosive-Deaf-Ding? Wer war denn der zweite Trader? Es gibt doch... Boom Buddy! Wo ist denn der? Haben wir den rausgenommen oder was? Nein! Boom Buddy! Der hat ein ganz komisches Icon! Ich such den auch immer ewig! Wer war denn der zweite Trader? Flask, oder? Ja! Man kann die einfach... Zerstör die C4 durch! Ja, die C4 war ja nicht scharf! Du warst nicht im Shop! Aber ich wollte den Boom Buddy zu den 3 Hinden! Das wäre perfekt! Keine Ahnung! Warum hat das denn nicht geklappt? Ich hab'n Schluck auf, Alter! Das war kackt! Nee, ich hab'n... Ich hab'n scheiß Traitor-Ding einfach nicht gefunden! Aber ich hatte 10 Minuten Zeit, also... Bin eigentlich echt alles durchgegangen! Boom Bomb mindset! Sorry Kevin! Ich wollte dich ordentlich grillen, aber das war zu spät! Aber was? Hast du Traitor? Ja natürlich! Du Arsch, Alter! Alter, auf dem Map so ne... So ne... Melmine, ne? Oh! Ja, da bist du auch reingelogen! Jo! Ah, das war Johnny's! Kevin, was willst du? Du tot? Johnny, was hast du gemacht? Bauer läuft in den Nächsten rein! Wir kommen hier raus! Wir kommen hier raus! Gar nicht! Ihr sterbt jetzt! Ihr ist ein Tod! Oh, der nächste Trottel! Hey Mann, rutscht da runter! Nooo! Was macht ihr denn drei? Ich bin Detektiv! Lebt jetzt noch jemand? Ja, aber sind jetzt alle da tot oder nicht? Also alle da gerade gestorben! Es waren drei Leute, da sind da jetzt reingerutscht! Leute, ist doch wie immer schon da runter! Da war auf jeden Fall Johnny Blesk! Ich hab noch keine Waffe, Leute! Hallo, Detective! Kannst du... Detektiv? Seit wann haben wir Detective? Noch mal andere Games! Hä? Ach, weil Sola jetzt dabei ist! Ja, Alter! Ja, Sola ist übrigens dabei, Leute! Alter! Ja! Kannst du hier irgendwie... Achso, du hast schon Traitor Sachen gekauft! Kannst du hier ein Portal reinhauen? Oh nein! Hier! Ja, da liegen die! Aber ich geh da jetzt nicht rein, Leute! Ja, die sind da drinnen! Unter der Wand! Unter dem Boden! Achso! Oh! Ich hab's geschafft! Sorry! Sorry, Kevin! Ich muss nicht! Was denn? Ich hab das Ding zugemacht als du verfasst! Wow! Aber ich hab's doch geschafft zum Glück! Das hat mich so reingepusht! Ja, toll! Okay, was ist das jetzt hier? Ja, warte mal! Ach, Strom! Warum kam Splatterman jetzt hier hin? Ja! 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 Hier ist Detective! Hier ist Kutcher! Hier ist jemand tot! Hier ist jemand hinter Kutcher! Was dir passiert Splatterman? Wer ist das da in der Mitte? Sola! Hast du geschossen? Sola guckt auf Sola! Ich hab gedacht! Sola! Ich will aber nicht reingehen! Weil er hat keinen Raum zu machen! Hier links ist auch jemand! Hier liegt auf jeden Fall eine Leiche mitten in diesem Cancer-Raum! Tim, warum hast du hier... Du hast einen Deagle gehabt gerade, oder? Was? Die ganze Zeit waren 16! Achso, Kevin, du hast... Okay, er war Traitor! Er war Traitor! Aber... Warte mal, warte mal, warte mal! Ja, war Sola! Das ist ein Fake-Buddy! Der wird da... Das ist Unlocky-Mi! Der wurde gerade als Tod confirmed! Aber ist er gar nicht! Wirklich? Ja! Der hat noch nicht gesagt, dass es Unlocky-Mi ist! Alter! Fake-Buddy, Leute! Alter! Der steht einfach direkt vor mir! Jo, der ist Confirmed Traitor! Warte mal! Ja, ich hab mich nur in den Raum reingetraut, weil du gerade weggelaufen bist! Oder hier! Worte! Muss Sola ein bisschen lauter machen! Alle immer neuen PC, Alter! Oh, what? Ich hasse dich! Bist du jetzt wirklich reingeschwungen? Ja! Ich lebe acht, drei Leben! Ja, ich hab's wieder weggemacht! Acht und drei Leben! Komm raus, Junge! Boah, ich bin ein bisschen überfordert mit dem... Oh, ich wär fast der Pedo-Traitor, Alter! Der Pedo-Detective! Unlocky bereitet was vor! Du hast keine Coins mehr, oder? Ne, ich brauch mein Portal, hat alles ausgegeben! Kriegst du da, wenn du als Detektiv jemanden tötest, die eigentlich wieder? Ne, ich glaub nicht! Ist man, wenn man durchs Wasser-Ding geht, direkt tot, wenn er den Strom anmacht? Man kann auch heilen, letztere Diktiv! Jo! Ne, guck mal, ich geh jetzt für die Strom! Ah! Unlocky ist! Was ist hier los? Hä? Er legt einfach! Was ist los? Doch, man kriegt Credits! Ja? Kannst du mal so eine Healbox aufstellen? Wie heißt die? Äh... Keine Ahnung! Ist aber so ein... Krass, der übel wem... Er kommt hier weg mit seinem... Frank... Frank... Ah! Scheiße! Wie heißt das Ding? Ne, ich glaub ich hab nicht genug... Money! Irgendein Sound? Die kostet nur ein Coin! Portable Medikit? Ja, ja, genau! Ich glaub das ist Kevin! Ne, weil ich muss meine... meine Portalgun... Troppen! Wer schießt jetzt hier? Hier, Sola! Oh leil, wer ist denn das? Oh leil, wer sitzt da? Ich! Troppes Kevin! Ne, ich kann dich damit heilen! Ja, danke! Danke! Also, da schleiß sich wer an hinter dir! Hä? Hä? Der sitzt die ganze Zeit nur rum, ich glaub der... Weiß ihn nicht! Sehr so sehr von dir! Kutcher, dankeschön! Willst du die Portalgarde haben? Ne! Du nicht! Hala! Was soll die Datten jetzt? Jetzt muss ich aber hier! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Wir haben da leeren! Alter, er hat die einfach! Ja, ich leb noch! Das ist anstrengend! Ich muss ihn auch ins Leiser machen! Wo bin ich? Ich muss die Chris Leiser machen! Wie überlaut! Standard CS ist einfach... Ähm... Ich stacke in der Wand! Wo ist der Wichser hin? Hier ist er! Ah! Ah! Oh! Schön! Ja! Alter, ich wollte gerade den Buddy legen, um Splatterman zu schützen! Wollte sagen, der Splatter mich killt! Ich wollte ihm das gerade schreiben, in dem in dem Kostum, um die Ecke! Alter! Ah! Und ich nur so... Und leg mein Body halt! Ah! Das weiß nicht! Vor allem das Geräusch! Ah! 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 Du bist mega useless, ne? Weil... Ja! Ich hab's aber versucht! Ich versuch irgendwas! Mega die verwirrende Map, Alter! Weil da steht halt dann nicht, dass du tot bist! Dass du confirmed tot bist! Ja! Das ist echt blöd! Das sollten die eigentlich machen! Wait! What? Jaja! Das versucht der Kutcher zu fixen! Ach so! Deswegen sind die mega useless! Stimmt doch, Kutschi, oder? Genau, Henno! Das ist gut erklärt! Ich bin Henno! Ich bin ich aber auch! Alter! Der ist saun! Nicht hier rein! Ach, Flask! Ernsthaft jetzt! Ah! Alter, seid ihr wieder reingerutscht! Anlag dich ist! Ja, weil wir eh sterben! Ich hab mich doch auch reingemacht! Wir sterben nicht? Nein! Wo ist das denn fair? Wir können eine Brücke bauen! Warte mal, ich bin Detektiv! Komm Freddy, Bus bauen! Natürlich sterben wir! Ich hör dir so'n... Oh! Sorry! Also, Tim und Sola sind tot! Toll! Irgendwie fühlt jeder tot mittlerweile! Nee, lässt doch auch, oder? Nee, ich bin am Leben! Warum lebt Johnny tot? Johnny wurde anscheinend schon weggemacht! Boah, ne Waffe! Neun Minuten bevor ich den jetzt... Neun Sekunden bevor ich den jetzt... Bin da nicht drauf, Philipp! 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 Der ist vom Strom gestrauben, glaube ich! Wo war ja... Alter, weh du drück... Irgendwer hat's auch hier oben gedrückt! Also, irgendwer war's von euch! Ja, ich und Kutscher waren da oben! Wir haben's ausgemacht, glaube ich, wieder! Aber da war... Man hatte den ja schon viel früher... Hört man nicht so'n Sirren, wenn man's anstellt? Alter! Ich weiß nicht, wie das funktioniert! Ich hab immer noch keine Waffe, Alter! Das macht mich ein bisschen kaputt! Was ist das denn? Hey, no! Blatt ist das! What?! Hey, no! Hier ist ein Toaster und der hat mich gerade... Ne, ist kein Toaster! Juh! Ich hab 40 Leben verloren! Äh... Magnetostick! Geh mal weg, Junge! Wie komm ich denn zu ner Waffe? Weiß ich nicht! Die hebst, glaub ich, ganz am Anfang einfach auf! Ja, aber jetzt ist nicht genug für alle! Guck mal nach, ob du nicht vernahmst! Ne, jetzt hab ich eine! Also, die Kack-Waffe, egal! Wir sind überall falsch! Okay, kann man nur gucken! Bimmelbammel gerade! Also, äh... Es leben nur noch Kutscher, Kevin, Vles und ich, richtig? Richtig! Aber nur Johnny's confirmed und so... Wir sind am Anfang drei Leute da reingefallen! In die Falle! Das ist auch safe, ne? Was ist mit Christo? Ja, aber wenn zwei Leute da reingefallen sind und Johnny gehört worden ist, dann muss ja nur einer leben! Hat jemand Christo? Ja, Christo! Oh, ich hab ja Schüsse! Ja, ich... Ah, das kann sein, dass der auch schon weggemacht wurde! Christus hier! Ist der jetzt automatisch verdächtig oder nicht? Ja, der ist dann... Ja, der hat sich ja totgestellt! Der ist hier... Ja, gut! Hallo, Kevin! Kevin ist bei mir, wenn ich sterbe! Wenn ich sterbe, ist es Kevin! Ja, wenn ich sterbe, ist es Max, obviously! Der war bei hier, wo die so Treppe... Wieso will ich Treppe beschreiben? Ich glaub das, wenn ich Christo selber sehe! Ja, mach das! Ist mir scheißegal, ich lauf jetzt weg! Ah! Alter! Fuck! Wer war das da hinten? Wer war das da hinten? Hat der da hochgedaukelt? Ich! Nein, nein, das ist Christo irgendwo gewesen! Pass auf! Echt? Ja! Ne, nur ich war da! Ey, da war Kevin, jo! Ja, aber da ist der... Alter! Vor 15 Sekunden oder so! Da ist Flash! Blässt du es bei mir jetzt oben in der Hütte? Warum gehst du mir nach? Die Tür zu! Wir heizen komplett umsonst! Nee, Junge! Nein! Na gut, hast du eigentlich recht! Komplett umsonst! Also, du lässt es bei mir! Wenn ich gleich nicht mehr rede, dann weißt du, was Sache ist! Lässt es bei mir! Du alte Scheide! Alter, was für ein Gang! Wo lau ich hin? Alter, wie viel die aushalten, ey! Hä? Ja! Die sind ja in Schildkröten, die mich angreifen! Warte mal! Was war denn jetzt denn nun? Ich werde von Schildkröten angegriffen, Leute! Wo sind die denn? Ja, die hat dann Christo da so gelegt! Ah! Ich glaube, ey! Christo ist doch nur noch gar nicht am Leben, ey! Oder? Ja, aber das Ding ist, wir haben seine Leiche nicht gefunden! Und war er mit im Loch bei Sola und Anlag-Kimi? Ich hab da draufgedrückt, aber ich hab mich umgedreht, ich weiß gar nicht, ob da... Ja, dann ist der... Alter, ich bin jetzt auf... Ich hab aber nur 10 HP verloren durch die Viecher! Hier liegen immer noch welche! Ah, hier schießt wer! Ja, ich mach die Schildkröten weg hier! Alter, haut mal ab! Sandwich mich mal nicht! Alter, lass mich mal einfach durch! Warte! Ich muss ganz genau auf K! Meine Tür klingelt! Deine Tür oder die Klingel? Die Tür... Ja! Die Tür klingelt einfach ein bisschen! Alter, ist das laut! Ich hab mir noch nie diese Gänge angeschaut! Also die... Im Untergrund! Oh, ich hör mehrere Schritte! Wer ist gerade gegroopt? Ja, das bin ich! Ich lauf auf jeden Fall gerade! So, was ist die Sache jetzt? Hast du das verändert? In der Sachlage? Nö! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Immer noch unverändert! Wer ist das hier? Ich hab hier ne Leiche! Ich hab hier ne Leiche! Das ist doch hier auch ne Raum! Kevin, geh mal weg! Das war obvious! Aber ich... Ja, vielleicht hätte es Crystal sein können! Aber das den noch niemand gefunden hat! Max! Ah! Okay! Dann habt Lester Vax weggemacht, Kevin! Ja! Hä?! Was?! Wait! What the fuck?! Ja, Max reden! Ich hab Max ohne genau diese 10 Minuten nicht mehr gesehen! Ja, aber ich war gerade bei Kevin! Ich schieß erst mal Vlast nicht ab! Mal gucken! Also wenn ich ihn sehen sollte! Ich könnte auch ein Mindcam sein! Für mich sind's Christo und Vlast... Also Christo... Ich weiß ja! Christo lebt noch! Und das ist Vlast dann! Boah! Ist das? Ja, aber ich war noch... Alter Schwede! Welche Leiche ist das da, die auf dem Boden liegt? Kevin wird gleich richtig in die Mangel genommen! Ja, ich war bei dir! Mit was ist der umgebracht? Wo? Ich hab ohne... Ich bin ne Scout! Ich bin da huge! Yo! Ich hab keine huge! Ich hab ne... Yo! Ich bin so... Ich bin so ein kleiner Traitor! Ich bin so ein unglaublich smarter Traitor! Ich hab einfach meine Waffe gewinnt! Ja, dann lass den wegmachen jetzt! Wo ist der? Äh... Alter, vertrau dir! Ich vertrau dir! Ich vertrau dir! Ich hab Frauke... Wer ist das? Geh weg von mir! Ja, ja, ich hau ab! Der verdient die Hälfte am Anfang immer in dieses Loch rutscht! Ey, scheiße! Naja, die Map ist echt nicht so nice, glaube ich! Weil... Durch die... Also... Du hast halt nur die Gänge und dann kannst du so wenig mitmachen! Du warst der Einzige und der Hanno liegt da hinten! Aber Wles ist die ganze Zeit so permanent am Abstreiten, dass Christo noch lebt! Der hat locker die Identität von ihm geklaut oder so! Aber ne, dann würde er eher sagen, dass er... Nee, ich weiß gar nicht was abgeht hier ey! Kein Plan! Oh, warte mal! Das Ding ist in diesem Ding! Was ist denn? Christo ist im Leben, Christo ist im Leben! Äh... So plötzlich? Wles... Weiß nicht, der fühlt sich jetzt auch einfach unter Pressure, glaube ich! Wles, wo bist du? Wles, lebst du noch? Ja, ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich dachte, du warst grad schon Flunker, musst du überlegen, ob du was sagst oder nicht? Nee, nee, ich bin am Leben! Aber Christo ist auch am Leben! Warum gehen die jetzt nicht zu zweit zu Kevin? Muss man nicht glauben! Aber wenn du das, was du siehst, meinen halt einfach weg! Ja, oh, das ist ja okay! Wenn du nicht Raider bist, bist du auch eigentlich nicht! Die wollen wahrscheinlich richtig safe holen! Echuuu! Gesundheit! Also so niest, kein Innocent! Ganz ehrlich, tut mir leid! Macht mich weg! Kein Nachvollziehen! Wie lange haben wir jetzt? Overtime? Ist es ein zweitod? Alter, jetzt tötet doch endlich Kevin! Der muss halt auf jeden Fall gleich vorbei sein! Das ist so eineinhalb Minuten oder so! Steckt die jetzt noch! Ich lauf ja halt rund! Wenn ich sehe, dann... Haben die kein Radar, Alter! Aber ich hätte... Ah! Wow! Holy Shit! Alter! Du warst schönes Mindgame! Hast du eben noch Kutscher weggemacht, so schnell? Nö, wir waren beide Traitor! Ach du schon, ich war's! Alter! Schön, dass Kevin nicht auf die Idee kommt, dass beide Traitor sind! Ja, weil... Ich meine, wir haben uns halt die ganze Runde geschnitten, das war halt... Da würde ich glaube ich auch immer glauben, dass wir beide Traitor sind! Bei der Map kann man irgendwie nicht so viel machen, finde ich! Es sind einfach nur die Gänge und fertig! Oder? Ich hab halt gehofft, dass... In dem Moment, wo Kevin einen von uns beiden wegmacht, dass Kevin denkt, dass der zweite Christo ist und die dann vertraut einfach, oder mir! Christo hätte ich nicht geglaubt! Also ich hätte... Ich bin ihm ins Loch gefallen! Weil mich wollte gerade noch zu einer Leiche gehen, wo die Red Wegschlaut dann irgendwie sagen... Hä, du lebt auch wieder? Und so! Aber wir haben das ja auch gesagt, so! Donnie hab ich hier electrocuted! Jo! Du fährst bei mir einfach noch 5 Sekunden! Ja, du bist halt durch die Fizze gelaufen! Donnie hat überlebt! Das war ne... Jetzt fällt bitte nicht wieder ins Loch, alle! Ne, da ist keiner reingefallen bis jetzt! Ja, du hast aber wieder so aufgemacht, dass ich sterben könnte! Ne, das war ich nicht! Das war nicht! Das war nicht! Der Böse, Mann! Ey, geh weg! Ich hab Joghurt im Rucksack! Selbst von Attentäter! Ich hab Joghurt im Rucksack, Leute! Ich hab Joghurt im Rucksack, Leute! Ich hab Joghurt im Rucksack, Leute! Ich hab Joghurt im Rucksack! Ich hab Joghurt im Rucksack! Lass was los! Nicht neben mich! Was geht hier denn ab, Alter? Ich schwörde, ich hab dich nicht gesehen! Nein, was? Das Save Ryan, ey! Ey, ich stand genau hinter dir! Dann war alles gut! Oh, lol! Ich hab Joghurt im Rucksack geschossen! Ich hab Joghurt im Rucksack verstanden! Wer, 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 wer! Die Loch, er ist hier doch was! Nein! So los! Was macht man? Ich wusste es! Aber jeder andere, also jeder andere, ne? Der hat mich, der hat mir in der Stelle gemacht! Ja, aber ich war nicht in dem Raum, als du gedrückt hast! Ich stand halt genau... Du hast mich ja nicht gesehen! So, ich hab dir jetzt hinterher gesleegt! Hab was Neues entdeckt auf der Map! Man fällt hier halt echt überall runter! Kann das sein? Ja, nicht mehr Eingang! What the fuck? Ah, nee! Nee, der war da schon immer, Junge! Der war da schon immer, klar! Hallo Kevin! Ah, stimmt! Das ist ja die Scheiße! Hier kann man ja auch sterben in dem mittleren Raum, ne? Das ist mir hier ein bisschen zu voll, du! Ey, 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 ey! Das soll ich nicht fern nämlich! Jungs, lass mich mal raus! Kevin, überleg gerade, ob er uns wegmachen soll! Ja, ich glaube auch! Joho! Bei Kevin, arbeite gut! Lauf! Nimm deine Beine in die Hand! Vielleicht der Magnet? Oh, vielleicht hätte ich sogar gedrückt! Nee! Doch! Zack! Ich kann gar nicht drücken! Ich auch nicht! Ey, 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 ey! Das ist voller Fake, ey! Ich kann ja nicht durch, ohne zu sterben, kann das sein? Ey, 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 ey! Dann gehst du Max! Achso, du bist, du bist Detektiv. Gibt es, gibt es irgendeine Methode, um durch diese tödlichen Räume zu kommen, ohne zu sterben, indem man die einmal drückt oder so? Dolas bei mir? Es ist einfach so, so schön, wenn man Kevin mit, wenn man Kevin mit einer Diegel sieht. Aber hier ist kein Blut, das ist ein Fake-Buddy! Ja, dann drück nicht drauf! Wenn man Kevin mit einer Diegel sieht und weiß, es kann kein Thomas sein, das ist so schön! Mann, ich will die... Warte mal, wenn man da raubmattackt, die explodieren die nicht, ne? Nee, ich glaube, man kann die auch nicht entschärfen, oder? Alter, ich häng halt in diesem Wasser fest! Also hier ist halt ein Legend-Null-Blut, das muss ein Fake-Buddy sein! Warte, ich pack die mal weg! Ist das nicht durch den Raum dann gestorben? Ich pack die mal weg! Aber wie soll der denn im Raum hier sterben? Was passiert hier in dem Raum? Was machst du da? In welchem Raum ist das denn? Nicht vorbei! Ich nagel hier alles zu, Leute! Das will ich so gern untersuchen, Alter! Nee, ich hab die jetzt weggefangen! Warte mal, geh mal aus dem Raum raus, Maxi! Ich bin jetzt Captain America, bloß mit Holz! Ja, warte, aktivier mal! Ich kann nicht, der ist aktiviert worden schonmal! Ah, Blaz, kau ab, Alter! Kann man nur einmal! Ja, dann machst du's ja noch mehr Obvious! Hey, hey, warte mal, warte mal! Sind doch alle am Leben! Blaz, go! Ja, Donny! Anlag Chemie! Ja, ich kann dich halt auch einen Traitor totstellen, ne? Warte, ich opfere mich jetzt, Leute! Okay, einen fürs Team! Oh! Hä? Ah! Mann! Hä? Auseinander gebrochen! Bei mir steht Evening with the Fishface, als ich das aufgenommen hab! Was ist das Neues, oder? Ich schieße, Vorsicht! Hä? Hä, du musst ja wissen, wenn's Neues gibt! Hä, das ist nicht gut! Ich hab nichts Neues gemacht, aber... Hä? Ja gut, die Leiche ist jetzt weg! Hä, aber Anlag Chemie... Alter, was war das denn jetzt? Ich hab drauf genug, ich hab drauf genug, ihr seid nicht so, oder? Ich dachte, du magst! Ey, aber keiner war drin, oder? Aber Tim ist tot! Ich schwöre auf ähm... Also, falls jemand Tim sie töten! Auf irgendwas, worauf man eigentlich nicht schwören sollte! Ich bin in Ordnung! Leute, falls jemand Tim sie töten! Geht die Tür auch wieder hoch? Nach einer Weile, ja! Was passiert denn da denn? Also, Vlesk ist hinter uns, Max! Ja, ist ja gut! Wenn ich sterbe, was Max ist, aber vielleicht was Max auch nicht! Ey, Wannsinn! Was war ich? Also, ich versteh immer nicht, was mit der Leiche passiert ist! Was war ich, Vlesk? Wie gesagt, wenn ich sterbe, bist es du, aber vielleicht auch nicht! Warum? Weiß ich nicht! Okay, versteh ich! Also, Tim... Die Flüge geht auch nicht mehr auf, ne? Doch, jetzt! Aber wer ist da runtergefallen? Wo ist denn Nico Linke? He, Icke! Ich glaube, ich stecke in der Wand fest! Also, ich lauf irgendwo rum, Alter! Also, Johnny und Tim sind tot, ne? Also, Johnny und Tim sind tot, ne? Also, Johnny und Tim sind tot, ne? Johnny, Tim, Johnny, Tim! Johnny, Tim! Johnny, Tim sind tot! Ähm, ich stecke in der Wand fest! Ach, Johnny, stimmt! Der sagt ja auch nix! Was machst du denn schon mit dem Portal, Chris? Also, Wiese und Fragezeichen sind tot! Oh nein, ich auch! Wiese und... Was macht ihr da? Ich stecke auch in der Wand fest! Wiese und Scholl! Was ist ihr denn hier? Also, dann... Warte ich mal auf den Trailer, der vorbeikommt! Mann, das Scheiß-Bortel lag genau unter dir, Christo! Ähm, hä? Seht euch! Das ist immer im Boden! Du fuck! Ey, ihr seid im Boden! Ich könnte mich töten, Leute! Oh, lol! Ich seh euch halt nicht mal, ne? Ne, ich auch nicht! Ich seh nur Blut unter mir! Können wir mich töten? Ey, was macht ihr mit Christo? Ja, der ist hängt in der Wand! Ey, wir beide! Das geht ordentlich Karma, ne? Lass ihn so stecken! Lass ihn so stecken! Lass ihn leben! Ja, ich riech mal! Oh, guck mal, guck mal! Hä? Wenn du dich duckst, bist du fast durch! Haha! T-Bag! Ja, aber wo sind die Leichen von Johnny und Tim? Ich heil das nicht! Weiß ich nicht! Irgendwo in einer Grube vielleicht? Ah! Aua! Was the fuck? Ja, die sind doch nicht in die Grube gefallen! Ich hab extra am Anfang gesagt, nicht in die Grube! Was denn? War da ne Mellenmine oder sowas? Irgendwas explodiert gerade! Kann sein, wir knallten hier wiederum! Weiß ich nicht, der knallt die ganze Zeit! Aber wo bist du? Ich seh ich mal... Die sagen, wir wissen halt auch nicht, ob Johnny oder Tim Tracker waren, weißt du? Diese Leiche am Anfang ist halt so random gewesen, Alter! Die war einfach weg dann! Kutscha, du bist tot, ne? Nein, ich steck in der Wand immer noch fest! Auch! Bist du neben mir oder so? Hä, aber wie kommt ihr da hin? Hä, aber wie kommt ihr da hin? Das ist so gar nicht drin! Aber wir haben dich mit dem Portal, oder was? Ja, ich bin ins Portal, dann bin ich... Ich bin aus Zack. Ja, merken wir! Alter! Du auch! Alter! 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 Alter, ich find die Leichen jetzt, Leute! Mach dich auf die Suche! Ich bin auch schon da, also Ey, öffne mal das Loch und guck, ob die da drin liegen Warum ist da noch keiner drauf Wenn die da beide gestorben wären, das wäre schon bitter Ja, vor allem, dass sie halt nix sagen Wir wissen halt auch nicht, ob einer von den Traitors ist Also, dass sie nix sagen, in dem Moment, wo sie wohl drin waren Also eigentlich Ey, vielleicht verstecken sie sich auch die ganze Zeit oben im Haus Und wollen, dass wir uns gegenseitig umbringen Ich bin so ein Idiot, Mann Was denn? Ich bin tot, ich bin ins Loch gefallen Liegen sie da, liegen sie da, liegen sie da Ey, die sind locker oben beim Haus, Leute Alter, lass mich hoch Hey, 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 hey Achso, ja, ja Sorry Ja, ich will, ich will gerade Achso, guckst du auch gerade was Oh Warte mal Nee, Jungs, nicht mit mir, Alter Hier liegt, das ist ein Boombody, pass auf Die sind da oben drin Sind dir sicher? Die sind beide da oben drin und wollen, dass wir uns umbringen Leute, ich leb halt auch immer noch, ne? Ja, ja Johnny und Unlucky Me sind 100 pro Ja, da hat gerade ne Waffe durch die Wand geguckt Echt? Ja, ja, ja Ich wusste es, Alter Oh, hast du gesehen? What the fuck? Was war das? Pass auf, die schmeißen gleich einen Molotow oder so runter Jungen, wir campen euch jetzt hier, Wichser Warte mal, seht ihr vielleicht meine Waffe? Hä, bist du beim Anfang? Bist du beim Sport? Ich steh halt in der Wand fest und kann hier nicht in die Hände gucken Achso, dann bist du das Warte mal, ich beweg mich jetzt mal Ne Geht ihr was? Ne, äh, äh Das sind Oh, jetzt? Da waren beide Was passiert hier? Ich meine, ich kann natürlich auch falsch liegen, aber Oh, Kevin, mach keinen Radau Hier ist alles, hier Hier ist nichts Ende hoch Hä, aber, was ist mit den Beinen, wenn die nicht im Loch sind und nicht Ja, aber was ist mit der Leiche, die hier liegt? Ja, das ist 100% Boombody oder so Weißt du nicht probieren? Ja, ich, weiß ich nicht Du bist hurt LVP habe ich heute Ja, aber Warum sollte auf einmal Beim Spawn ohne Blut Ne Leiche liegen? Hier ist ja ein bisschen Blut Ja, gut Aber das Aber auch weiter weg Hä? Ja, ich war stuck Kann mir einer erklären, was jetzt mit der Runde war? Ich habe wieder Prop-Dingsbums benutzt, aber bin in der Decke diesmal stuck Hä, aber, aber was ist mal mit Tim und Johnny? Ey, müssen wir dieses Prop-Ding aus Äh, die habe ich ganz am Anfang Ich bin nicht am Anfang in die Dings gefallen In die Falle Äh, Johnny hat auch ganz laut Sola gerufen eigentlich Hä, in die Falle? Das habe ich auch nicht verstanden Sola kehrt mich, ihr Scheiß Sola In die Falle? In welcher Falle? Ja, die, die einen so runterschubst in die Dornen Hä, aber da hat er auf Lessen nachgeschaut Da war ich, da war niemand, ja Na gut, dann verschwinden die wohl Das war eine weitere Runde Bis zum nächsten Mal Morgen dann bei Soli Tschüss Also Portalgun war nicht so geil Ciao